Hallo und herzlich willkommen zu GAMONDO PACKTAUS, der Show, in der ihr dabei zuseht, wie wir geile Sachen auspacken. Ja, man sieht es schon, wir haben hier ein relativ großes Paket, diesmal ein richtig schickes mit Double Dragon Neon. Eine richtig coole Limited Edition von Limited Run Games und ja, es ist Double Dragon, ich meine, wer kennt Double Dragon nicht, ist eine geile Prügelspielreihe und mit Double Dragon Neon gab es 2012 eine Art Neuauflage dieses Prügelspiels und ja, jetzt haben wir hier vorne diese richtig coole, richtig schöne, dicke, große, fette, geile Limited Edition von Double Dragon. Eddie und Jimmy sind wieder da in Double Dragon Neon. Wieder prügeln wir uns zu zweit durch Horden von Gegnern in punkiger Kulisse, die stark an die 80er erinnern. Das Design wurde aufpoliert, das Gameplay verfeinert und die Technik auf den neuesten Stand gebracht. Ja, und der Rest, der bleibt halt so, wie wir es halt in Erinnerung haben. Und von dieser wunderschönen Limited Edition, die von, wie gesagt, Limited Run Games kommt, gibt es auch eine schicke, coole Karte, die wir hier haben. Die gehört natürlich quasi dazu, deswegen sei sie hier nicht verschwiegen. Ist ein hübsches Bildchen, ist nett, finde ich immer geil, solche kleinen Extras, so ein Trading Card Ding, nice und geil. So, jetzt haben wir hier die richtig coole Box. Also ich mache sie erstmal auf, ich meine, man sieht es schon so ein bisschen schick, groß und ja, große Pakete, die mochte ich schon als Kind ganz gerne. Unterm Weihnachtsbaum. Und bald ist ja Weihnachten, zumindest hierzulande. Und ja, ich denke mal, da passt es ganz gut, wenn man hier ja auch mal was anderes auspackt aus der Geschenke. Und so ein bisschen, so eine geile Packung. Ja, ähm, das Cover hier von, ich meine, das finde ich jetzt gerade tatsächlich ein bisschen langweilig. Wir haben halt hier nur die Schrift. Ich meine, der Schriftzug ist richtig geil mit diesen beiden Drachen und dergleichen, dem Neon-Logo da drunter oder dem Text davon. Aber der Hintergrund, es ist halt nicht ganz so, ja, artworkig, wie man es vielleicht von diesen klassischen Prügelspielen erwarten würde. Die Rückseite ist jetzt auch nicht ganz so spektakulär. Da haben wir jetzt hier dieses, ja, diesen Kreis mit den, ähm, es ist jetzt nicht ganz das, was ich unter ein Chicken Artwork mir vorstelle. Äh, die Seiten haben natürlich dann das jeweils, das Logo nochmal. Das ist ganz nett. Aber das Logo ist tatsächlich ziemlich schön geworden. Aber, naja, man hätte noch irgendwelche coolen Bilder machen können. Also es gibt ja von, gerade von Prügelspielen, da hat man die ganzen Figuren. Da stelle ich mir so ein Artwork vor, wo alle, ja, Prügelspielfiguren, obwohl, naja, es ist ja eigentlich kein Prügelspiel per se, sondern eher so ein Beat'em up. Ja, also mehrere auf einmal verprügeln, äh, hintereinander weg. Das heißt, eigentlich so viele Figuren haben wir eigentlich gar nicht. Aber man hätte die beiden Hauptfiguren, die Protagonisten, dessen Namen ich natürlich wieder nicht weiß. Aber, naja, hätte man vielleicht vorne so drauf machen können. Ja, ähm, schauen wir rein und holen mal raus, was da so drin ist. Es ist eine ganze Menge drin. Und, meine Güte, hier ist noch Pappe dran. Ja, ähm, Pappe können wir weglassen. Wow, das ist schon mal eine ganze Menge. Ich liebe das. Das ist sehr viel physisches Zeugs. Ich sehe hier schon eine ganze Menge. Mann, ey, also, ja gut. Machen wir es auf und gucken uns alles mal der Reihe nachher an. Also, da sind ein paar Sachen, die wahrscheinlich wegrollen würden. Hier ist zum Beispiel eine Dose. Am besten schauen wir uns die als erstes an. Dann, ähm, ja. Wir haben hier nämlich eine Getränkedose. Na, ach, so. Ich will sie nicht zerdrücken. Die ist leer. Sehr, sehr leicht. Und, ähm, ja, also ich... Schauen wir uns mal an so ein bisschen, ähm, ist cool. Ist ein schönes Design. Dragon Kick, ähm, Crystal. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Crystal so eine Anspielung ist an, äh, Pepsi Crystal. Damals dieses, ähm, ja, diese transparente Cola. Äh, ganz praktisch, dass es leer ist. Das heißt, hier kann nichts schlecht werden, weil es ist nur Luft drin. Ähm, und es ist halt eine Dose, die natürlich oben noch zu ist. Ein bisschen komisch, aber irgendwie geil. Das ist irgendwie, ähm, das kann man sich, äh, irgendwo schön hinstellen und, ähm, sich dran erfreuen. Ich weiß nicht. Also, es ist halt so für, ähm, ja, die, die, äh, die Leute, die die Dosen sammeln. Äh, ich mache mal den Rest hier auch mal auf und, äh, ich suche gerade das Spiel. Das müsste ja hier auch irgendwo drin sein. Ähm, ja. Kommt wahrscheinlich noch irgendwo zum Vorschein. Ähm, wir haben hier jetzt, ähm, eine Cartridge. Hatten wir ja schon mal. Wir hatten also eine Cartridge von, ich glaube, Chanté war das. Ähm, so eine Nachbildung von der Cartridge. Also, das ist jetzt keine richtige Cartridge. Also, ähm, man würde jetzt hier keine Drähte oder sonst irgendwas. Hat ein schönes Gewicht und sieht halt relativ cool aus. Also, wir haben hier natürlich, wie beim Original-Cartridge, ein schönes, äh, Bildchen drauf. Das zeigt, was für ein Spiel es ist. Double Dragon Neon. Relativ cool. Solche Replikas mag ich ganz gerne. Also, ist schon relativ cool. Äh, lege ich mal besser hin, dann fällt es nicht um. Ähm, hier haben wir noch eine Box, die gucken wir uns wahrscheinlich später mal an. Ähm, Bleistift? Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also, ich meine, können wir uns auch mal kurz näher angucken. Aber es ist halt nur ein Bleistift halt, ähm, ja, nett. Aber das ist auch irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mit Bleistiften in der jetzigen Zeit nicht mehr ganz so viel zu tun. In der Schule natürlich umso mehr, gerade mit diesem Radiergummi, was da so oben dran ist, wo man ganz gerne mal gekaut hat als Kind. Ähm, erinnert mich stark an so meine Kindheit oder meine Jugendzeit. Hat also auch gewisses Retro-Fieber. Dann haben wir hier, ähm, ja, was ist das denn jetzt? Ähm, ich mach's mal auf. Schauen wir uns doch erstmal die Schachtel an. Also, es ist, äh, ist relativ cool, weil wir haben ja so eine Schachtel für, ähm, ja, das ist, äh, wie es halt bei den, ähm, Super Nintendo und Nintendo-Spielen gab. Ähm, die Rückseite noch. Ist, äh, relativ cool, ist, äh, schick gemacht, von, von der Aufmachung her. Und, ja, jetzt wo ich's gerade sehe hier, also ich meine, diese, diese ganzen vielen Figuren, das meinte ich so mit dem Artwork für vorne drauf, das wäre cool gewesen. Äh, ist hier jetzt wieder so, ja, richtig schön Retro-mäßig. Finde ich cool. Äh, wir haben ja auch natürlich, das, äh, hätte ich vielleicht auch schon mal erwähnt, äh, dieses, äh, Logo von Limited Run ganz viel, wie dieses, äh, Nintendo Approved Siegel. Was früher mal bei den, äh, Cartridges drauf war. So, da gucken wir hier kurz rein. Ich hoffe, hier kommt jetzt auch mal das Spiel zum Vorschreiben. Und, ja, da ist es. Also, ne, hier ist auch noch mehr drin. Ja, das gibt's ja nicht. Das ist ja, wir haben uns vieles zum Angucken heute. So, ähm, das, 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 äh. So, legen wir mal das zur Seite und kommen erst mal zum Spiel. Denn, das ist eigentlich so das Wichtigste von so einer Edition. Das Spiel an sich natürlich. Ähm, ich fühle schon, es ist schwer. Da ist noch irgendwas anderes drin, wahrscheinlich ein Handbuch. Dann schauen wir uns das Handbuch auch gleich noch an. Aber erst mal, äh, die Spielehülle an sich. Weil, äh, hier haben wir wieder das gleiche Motiv vorne drauf, wie wir das schon, ähm, auf dem, ähm, anderen Cover von, ja, von der Box hier hatten. So, das brauchen wir nicht. Und dann schauen wir uns dann wirklich das Bild nochmal an. Es ist ja auch ein richtig schönes Motiv. Sehr schön gelungen, richtig schönes Bild. Mag ich, sehr schön, wunderschön. So, die Rückseite, die zeigt natürlich dann wieder ein paar Screenshots und, äh, obligatorische Texte und die rechtlichen Hinweise natürlich. Auch, ja, wichtig und, äh, richtig. Dann machen wir kurz auf und, äh, boah, okay, wir haben hier tatsächlich ein, also das Inlay-Ding ist schon mal sehr, sehr fett. Gucken wir uns gleich genauer an, denn wir haben ein richtig geiles Inlay-Cover. Also das sieht immer fett aus. Also diese beiden Typen, ähm, das ist so, hm, ich glaube, das sind ja die Brüder, ne, wie aus Teil 1. Ich kann mir Namen echt schlecht merken, aber es ist halt, ähm, es ist geil. Es ist absolut geil. So, ähm, das Ding ist fett. Also es ist sehr, sehr dick. Ich denke mal, es ist das Handbuch, ähm, ja, äh, vorne, ähm, da brauchen wir uns vielleicht nicht genau angucken, aber, komm, ist halt, ähm, ja, Double Dragon Neon. Ähm, nett, hinten ist No Pink, äh, nein, nicht ganz nur, ist so ein, ist nicht ganz so relevant. Äh, in der Mitte haben wir auf jeden Fall schon mal ein richtig cooles Motiv. Sieht nett aus. Schön, sehr schönes Bild. Und, äh, das gibt mir so ein bisschen das, ähm, Billy! So hieß einer der Figuren, woher ich das weiß, er ist drauf. Billy, genau, das war Billy und, ähm, ja, der andere Typ halt. Äh, sieht sehr schön aus, das Bild. Ist meines, ähm, relativ cool gemachten. Der andere war Jimmy. Eine gute, Billy und Jimmy, natürlich. Ähm, ja. Äh, ist tatsächlich eine Art Artbook. Also sind noch mehr Bilder drin. Ähm, wow. Okay, das gucken wir uns auch noch an. Weil, äh, eine nette Dame, äh, äh, sieht schick aus. Ist schön, ist schön, ist schön. Also, da sind schon sehr, sehr nette Artbooks dabei. Äh, Artworks dabei. Ein größeres Artbook wäre natürlich irgendwie cooler gewesen. Ist jetzt, sehe ich jetzt hier nicht kommen. Aber, äh, äh, so ein kleines Artbook, das geht auch. Das geht auch. Schöner wäre, wie gesagt, wirklich so ein großes, äh, so Volli für die Packung. Hätte man das noch reinmachen können, oder? Naja, egal. Ähm, wir haben hier noch ein paar anderes Zeugs. Äh, wir haben hier noch, äh, einen Schuber. Den, äh, den kennen wir auch schon von Limited Run Games. Das ist für das Spiel. Das tut man hier so rein. Und dann hat man, äh, eine Art Schutzhülle dafür. Ist jetzt nicht ganz so mein Ding, aber ist ein extra. Besser man hat es, als dass man es nicht hat. So, jetzt haben wir hier natürlich die, ähm, Character Cards. Schauen wir uns die auch mal kurz an. Also hier haben wir jetzt wieder Billy. Jetzt kenne ich den Namen, das ist schön. Hahaha. Ist ein, äh, schönes Motiv. Sehr gut gezeichnet. Wunderschön. Und Jimmy. Ja, der andere. Äh, in Rot halt. Damit man sie so gut auseinanderhalten kann, ist der eine blau und der andere ist rot. So, und hier haben wir noch die Dame. Ähm, ja, jetzt fällt mir da der Name nicht ein. Aber ich glaube, die würde ich auch gar nicht kennen vom Namen her. Oder, ich erinnere mich nicht dran. Aber ich mag diesen Stil halt, weil das so ein bisschen dieses Retro 80er, 90er Jahre Ding ist. Ist geil. Ist einfach schön. Äh, das Format ist auch ganz nett. So, dieses Hochkant-Ding ist cool. Ähm, wie geht's weiter? Mal mit einer Münze. Kennen wir auch schon von anderen, ähm, Editionen. Ähm, kann man machen. Und, äh, bei Double Dragon biezt es sich tatsächlich an, weil das so als Münze Double Dragon zweiseitig, ne? Ist ja so ein bisschen schön. So, jetzt haben wir ja auf der einen Seite haben wir ja auch ein, ähm, ja, was ist das? So eine Art Logo. Ähm, Totenkopf mit, ja, wie man auch diese Art von Hüten nennen mag. Sieht ganz nett aus. Ähm, das andere Motiv ist ein bisschen cooler. Da haben wir nämlich jetzt wirklich das, den doppelten Drachen sozusagen. Das ist schön. Sehr, sehr nice. Und ein Drache ist halt immer irgendwie geil, ne? Also, ich frage mich, warum man jetzt hier nicht auf beiden Seiten einen Drachen gepackt hat, weil so Double Dragon, das hätte sich so angeboten tatsächlich. Aber, ähm, ist es schön. Kann man machen. Münze? Nett. So, jetzt haben wir hier noch eine Kassette. Haha, geil. Also, ähm, eine Musikkassette. Ähm, ich habe jetzt keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ich mache es nochmal auf, ob da irgendwas drauf ist. Ich weiß es gar nicht. Ich habe auch nichts zum Abspielen von Kassetten. Ähm, hatte ich früher mal. Ist lange her. Aber jetzt, ähm, gib mir die Schere jetzt noch ans, äh, an die Wäsche. Ähm, so. Ähm, Musikkassette. Ähm, schönes Design. Also, ich meine, das ist jetzt wirklich so, das sieht 80er mäßig aus. Also, ohne Scheiß, das ist, äh, 80er Jahre mäßig. Mixtape kennt man noch von früher. Also, ich kenne das noch von früher. Ähm, wahrscheinlich viele andere auch noch, aber. So, äh, die Rückseite, da sehen wir natürlich dann auch, was, äh, potenziell drauf sein sollte. Äh, ist relativ cool. Es ist schön, irgendwie, ich, also, ähm, eine Musikkassette ist neu. Also, das ist echt, ähm, ach, hier haben wir auch noch, äh, Side A, Side B. Also, gucken wir uns was. Hier sind dann nochmal die Titel, also jetzt ausführlich hier. Das ist, ähm, das ist schön. Ich mag's irgendwie. Leute, also, die 80er sind wieder da. Ähm, eine richtige Musikkassette. Ähm, irre. Also, es ist ein schickes Teil. Kann man ja noch sagen. Ist nett gemacht. Schön. Wer hätte es gedacht, eine Musikkassette. Ist ja irre. Ich schmeiß hier schon richtig. Also, das ist so richtig retro. Also, wir haben nicht die Sachen hier mit der Dose und so weiter. Alles sehr, sehr, irgendwie, sehr, sehr retro. Ähm, Poster haben wir natürlich auch noch. Ähm, Double Dragon Neon. Ähm, sieht nett aus. Mit den, ähm, Billy. Ist cool. Auf der einen Seite haben wir Billy und auf der anderen Seite haben wir natürlich, ähm, wie könnte es anders sein, sein, äh, Jimmy. Ja, das, was ich eben mit der Münze meinte, äh, dass man auf einer Seite jeweils, äh, etwas hat. Das ist hier genau umgekehrt. Also, hier ist es halt tatsächlich so. Allerdings ist es natürlich wieder so. Man kann sich nur eine Seite aufhängen. Aber das ist immer so eine Sache. Ich weiß nicht, ob die Leute daran denken, ähm, wenn die sowas herstellen. Ich weiß es nicht. Ähm, so. Jetzt haben wir hier noch so eine geheimnisvolle Box. Guckt uns die Box erstmal an. Also, ähm, schickes Design. Hat sehr viel, äh, von diesem, ähm, ja, Lila. Aber mit den beiden, äh, Billy und Jimmy vorne drauf. Ich finde das so cool, dass ich jetzt weiß, wie die heißen. Äh, äh, auf der Rückseite sind sie auch nochmal. Finde ich cool. Äh, ein bisschen größer. Und dann haben wir ja so ein bisschen Logo. Und hier nochmal den Schriftzug. Ähm, ja, hier ist auch wieder zugeklebt. Ähm, machen wir auf. Und dann schauen wir mal rein, was hier drin ist. Bin mal gespannt. Das ist jetzt aufregend. Ich weiß nicht, was da drin ist. Und, äh, ja. Es sind Figuren. All das macht so der besten, äh, Limited Edition überhaupt. Oder ich glaube, da macht das. Daraus wird dann halt quasi eine Collectors Edition. Und, ähm, ist das geil oder ist das geil, Leute? Äh, wir haben hier, ähm, ich hol's jetzt erstmal direkt raus. Also, wir haben erstmal hier, äh, Jimmy. Äh, Billy. Billy, meine Güte. Billy. Der blaue ist Billy. Ähm, als Figur geil. Ist richtig geil. Es ist eine richtig geile Sammlerfigur. Schön. Finde ich geil. Also, äh, der hat hinten ja auch noch so. Also, ich meine, da ist auch noch das Logo drauf. Also, ich meine, es ist, ah, ist das geil oder ist das geil? Sehr geil. Mag ich, mag ich. Ich bin nur richtig begeistert. Okay, und jetzt haben wir Jimmy. Also, Jimmy und Billy als Figuren. Das ist ja wohl geil. Äh, jetzt hier auf der Rückseite halt auch, ne? Also, gucken wir uns kurz an. Sehr nice. Wunderschön. Ich meine, ist wahrscheinlich zweimal die gleiche Figur gepresst, halt nur, ähm, unterschiedlich angemalt. Aber es ist geil. Es sind halt echt Figuren. Figuren in einer Collectors Edition. So gehört sich das. Ist das geil oder ist das geil? Ja, äh, das ist ja quasi dann auch schon, ja, das Ende von, von, von den Elementen, die hier drin sind. Und eigentlich direkt schon das Geilste. Und das ist jetzt der Inhalt dieser Collectors Edition von Double Dragon Neon. Ähm, also, es ist tatsächlich eine Collectors Edition und sie ist, ja, man hat es vielleicht schon beim Auspacken gemerkt, fantastisch. Also, sie ist richtig gut. Ähm, ich habe tatsächlich noch was vergessen eben. Der Soundtrack ist auch noch dabei. Und man sieht es, ähm, nur als, äh, ja, Umschlag-CD. Deswegen Abzug in der B-Note quasi, weil es fehlt irgendwie ein Case dafür, was, äh, das Ding wieder so ein bisschen, ja, runter macht. Also, ich meine, dennoch ist es eine fantastische Collectors Edition. Also, wir haben hier so viel Zeugs drin. Ich meine, wir haben das Spiel natürlich mit einem kleinen Artbook. Das ist auch wieder so ein Abzug in der B-Note. Das Artbook hätte noch so größer gedruckt in Hardcover. Sowas in der Art, das wäre geil gewesen. Ähm, wir haben natürlich eine geile Box. Wir haben natürlich auch noch für die Figur noch eine kleine Box. Super geil. Wir haben ein Poster, ein großes, äh, was man halt, ich, man muss sich halt entscheiden, welche beiseite man nimmt. Äh, die Karte will ich natürlich auch nicht, äh, hier unterschlagen. Wir haben ein Replika von einer Cartridge von NES. Geil. Finde ich auch cool. Ähm, dieser Schuber, der ist ganz nett. Äh, ein Bleistift, eine Münze, die auch cool ist. Passt irgendwie, wie ich finde, zu Double Dragon. Äh, diese Artcards von den Figuren, auch ganz nett. Die Musikgassette. Ich meine, hallo, irgendwie ist das geil, ich weiß nicht. Ich meine, ich kann sie nicht abspielen, aber es ist irgendwie geil, dass es da ist. Liebe ich. Ich finde es total super. Äh, wir haben ja auch noch hier diese geile Packung, das darf man ja auch nicht vergessen. Die Dose. Auch irgendwie eine geile Idee. Wer kommt denn auf die Idee, eine leere Dose in eine Packung von der Collectors zu packen. Aber ich finde es irgendwie super. Ja, äh, die Figuren, absolutes Highlight natürlich. Ich liebe Figuren in irgendwelchen Sammler-Editionen von Videospielen. Mehr davon. Immer wieder gerne. Und auch gerne ein bisschen größer. Es passt einfach. Es ist super. Ja, äh, das ist auch mein Fazit. Das ist eine absolute super Collectors Edition. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zusehen, wie ich bei Rauspacken. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Garmon, doch pack aus. Bis dahin. Ciao, ciao.